Hallo hier ist Kunderlatscha, ich zeige euch auf Transit wo das Bunging Gerät ist. Das muss man natürlich zusammenstellen, wie auch weitere Dinge. Natürlich nicht alles, aber mal finde ich das wichtigste was man braucht um zu spielen. Das andere sind sicherlich gute Zugemüse. Aber leider kenne ich die nicht. Ich kann schon noch weiteres zusammenbauen, aber ich kann es nicht benutzen, weil ich nicht weiss wie es geht. Ok, hier ist mal eins für die Turbine. Die drei Teile hier drin sind immer am gleichen Ort. Die habe ich nie irgendwo anders gesehen. Und der dritte Teil. So. Dann nehmt ihr es. Hier zu messen ist überaus gefährlich für mich. Oh Mann, bin ich eine Frau jetzt? Sicher auch keine schlechte Ware. Ich muss so aufpassen. Seht mal das an. Ich sterbe fast. Nein, was ich krass finde hier bei Black Ups 2 Zombie. Der Messer Lunge ist nicht mehr so weit bei Zombie. Aber dafür beim Multiplayer ist genau die gleiche. Sch, 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 sch. Jawohl. Ok, Turbine an. Auf Turbine nehmen. Und dieses Ding hier ist es überaus wichtig für den Taser Schlagring reinzubuttern. Der ist auch immer irgendwo anders. Ich zeige euch. Wo überall. Dann kaufe ich mir die P23. Wo überall. Oh mein Gott. Wo überall die sein kann. Die ist immer an einem anderen Ort. Also hier drin. Es kann auch nichts hier drin sein. Wie auch immer. Also ich gehe hier gleich. Weil auf der Bank habe ich. Genug Kohle. Hier das. Was ich das zum ersten Mal sah. Wie die Rennen. Forest Run. Forest Camp Run. Das sieht so zum. Zum Lachen aus. Ah, diese zwei. Ja, die sind eben da. Verloren. Das ist etwas schade. Im Bustream verliert man ziemlich viel. Ok, ich muss unbedingt die Leute leben lassen. Warte mal. 1800. Ich kann. Ja, ich muss vielleicht eine Runde noch machen. Aber diese Runde kommt ja hier. So. Ich messere lieber nicht. Ich bin so schlecht beim Messern. Nicht nur im Multiplayer. Sondern auch bei Black Ops. Zombie. Hier. Das hier. Dürft ihr nie bauen. Hier. Jetzt hier bei der Tankstelle. Hat es hier ein schönes Ding. Das sollte benötigt. Ok. Ich lasse das hier drin. Hä? Hier drin. Ah nein. Ich hole es mir wieder. Nein. Ich lasse es lieber dort drin. Weil ich brauche es für hier drin. Äh. Ja. Kill den mal. Mal. So. Das Ding ist, damit sie nicht, ähm, vorne rein spazieren können. So. Ich mache hier so weiter. Weil sonst wird es langweilig. Und ich riskiere nicht allzu viel, wenn ich hier bleibe. Und das gefällt mir. Sonst klappt es dann nicht. Und, äh. Ja. Das wäre dann nicht so gut. Ich bin schon, äh. Ja. Nervös. Weil, äh. Das Ganze euch so zeigen. In diese Frühe. Innerhalb von einem Monat. Bin ich mir nicht so gewohnt. Sonst Zombie, äh. Hab ich so ziemlich drauf. Also. Black Ops 1 Zombie meine ich. Bei gewissen Maps. Aber Transit ist, äh. Etwas total anderes. Okay. Das Ding, das Wichtige haben wir. Bei der Garage sein lassen. Das dürfen wir nicht vergessen. Hier. Ich will euch nur zeigen. Darum gehe ich hier rein. Was man alles aufmachen kann. Ich habe nur das gefunden. Was man da hier aufmachen kann. Und hier ist die Leiter. Wenn ich das andere jetzt mitgenommen hätte. Wäre es jetzt hier drin. Und das ist nicht gut. Pff. Pff. Was ist das? Das klingt, als wäre es wichtig. Hä? Was ist jetzt das gewesen? Habt ihr jetzt was gehört? Das hat doch dumm gemacht. Pff. Pff. Ähm. Pff. Das Ding könnt ihr hier anbauen. Weil gewisse Sachen könnt ihr nicht herumrennen. Und hier rein gehen. Ich zeige euch dann wo das das ist. Pff. Pff. Jetzt wenn der Zombie hier wegreisst. Das Zeug könnt ihr immer wieder die Balken aufbauen, reparieren oder was auch immer. Aber passt auf auf einmal. Fingert er rein. Pff. Und das macht er zwei einmal so saftig. Und er wischt euch vielleicht zweimal und ihr seid tot am Boden. Pff. 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 Ziemlich krass. Pff. 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 oder sonst irgendwo. Das ist immer etwas anderes. Da Teil benötigt, das dürft ihr nicht nehmen. Das ist das Teil, das ihr braucht für den Taser-Schlagring. So, jetzt wird es lustig. Ich hoffe, ich schaffe es, ohne den Bus zu verpassen. Es kann aber auch sein, dass ich den Bus verpasse. Hier ist das erste Gerät. Das ist auch immer wieder irgendwo anders. Ich bin schon ein bisschen am suchen, wo das Zeug ist. Bevor ihr natürlich den Strom anstellt, müsst ihr unbedingt hier ist nichts, Shit! Müsst ihr unbedingt schauen, dass der Zombie bei euch ist. Mann, ich schaffe es nicht. Ah, hier ist da etwas. Jetzt habe ich noch etwas, was fehlt. Ah, jetzt schaffe ich es glaube nicht. Komm, 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 weg! Weg! Wo ist es jetzt? Ah, hier ist es ja! Hmm! Komm, 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 komm! Ich will unbedingt den Bus nicht verpassen. Komm, mach, 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 mach! Ist der drin? Ja. Okay, Strom. Oh, Shit! Mach, 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 mach! Mach, 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 mach! Ich muss sehen, ob ich denn die Turbine nicht mithabe. Komm, komm, schnell, schnell! Oh, Madonna! Ah, Madonna, ich habe es geschafft. Ah, viel Madonna für mich. Nein, das wäre jetzt mühsam gewesen, alles dorthin zu rennen. Ah, wenn ich das auch so schaffe. Okay, wo ist der wieder? Oh, 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 oh! Seht ihr? Uh, zweimal solche. Seht ihr, wie lange er reinfummelt? Das ist eben das, wenn ihr nicht weggeht, dann seid ihr am Boden. Das ist ja logisch. So, jetzt hatten wir Strom angestellt. Jetzt gehe ich zur Bank. Ich war ja so schlau, dass ich es nicht geschnallt hatte, wie das funktioniert, oder? Ihr müsst natürlich zuerst was reingeben, bevor ich was reinholen könnte. Hier Granaten werfen und hier auch Granaten werfen, dass es rauf explodiert. dann nehme ich hier Kohle... Äh, warte mal. Ja, 20, so ungefähr. Dann seht ihr hier so ein komisches Ding. Das habt ihr dann dort. Ich zeige es euch auch. Wo ist er jetzt? Okay, und weil ich hier bin, hole ich mir das Wichtige. Diesen hier. Dann Oh, ich will euch noch was zeigen. Hier ist das andere. Wenn ihr keine Granate habt, könnt ihr ihr Sämtix kaufen. Hier drin ist es auch ab und zu was anderes drin. Jetzt ist es so. Ähm, ich habe die Turbine zur Saug. Das ist egal, weil man braucht eine neue Turbine. Hier kann man auch etwas zusammenbasteln. Habe ich bis jetzt noch nichts gemacht. Ja, ja. Ja, ja. Ich komme, ich komme. So. Ja, ja. Weiter. So, jetzt gehen wir wieder. Nein, nein. Nicht kaputsch fahren. Nicht fahren. Nein, nein. Oh, oh. Lebt er? Wo lebt er? Oh, ja. Er lebt. Oh, bin ich froh. Sonst wäre es ups, wäre es schon die vierte Runde gewesen. Weil das Zeug da vorne, das ich montiert habe. Ups. Macht, dass die Zombies kaputt gehen. Okay, was ich jetzt machen muss, ich muss eine neue Turbine holen. darum. Steam Up habe ich gekauft, damit ich schnell rennen kann, damit ich dort, wo das Bunching-Gerät ist, also ich muss es zusammensetzen zuerst, wo man Bunching kann, aufmachen kann. Ich hoffe, ich vergesse das nicht, euch das Zeichen noch zu zeigen, wo wir den Strom angestellt hatten. Also Quick Revive, das kaufe ich jetzt nicht. Okay, Busstation. Ich muss sowieso den Eingang hier zahlen. und hier wieder das nehmen. Jetzt ist es schön frisch. Den nicht gebrauchen. Nur, man kann ihn schon kurz gebrauchen. Ja, 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 ja. Also ich habe schon mal probiert, etwas kurz kann man ihn gebrauchen, weil ich kaufe mir den Taser. Und da will ich euch zeigen, wie das geht, zusätzlich. Das geht auch mit der Turbine, ihr braucht immer die Turbine, ist fast das wichtigste Teil, um überhaupt anzufangen und auch weiterzuführen, weil dort, wo das Bunging-Gerät ist, das geht wieder zu. Nach einer Weile. Auch wenn ihr unten gewesen seid, das Bunging-Gerät zusammengestellt habt, das geht wieder zu. Ich weiss nicht, wie lange es geht, aber es geht zu. Ich wollte zuerst alles ein bisschen austesten, bevor ich das hier rauflade für euch, damit alles so ziemlich, ja, wie soll ich sagen, so ziemlich direkt ist, das Ganze, dass das nicht zwei Stunden geht, und dass ich da nicht 20 Clips drehe, wie die meisten, obwohl das vielleicht für euch um einiges einfacher wäre. da gibt es hier auch gewisse Teile am Boden, habe ich mal einen Clip gesehen, vor zwei Wochen etwa, oder noch länger her, ähm, ja, zwei Wochen her, so, dass man da auch Teile zusammenstellen kann. Jetzt, wie ihr wisst, habe ich das hier gelassen, das muss ich so schnell wie möglich wieder wegnehmen, so, das Ding braucht ihr unbedingt, seht ihr, wie es ausschaut, jetzt gehe ich hier rein, hier ist die Coke, und, äh, MP7, äh, MP5, und jetzt hier, das Teil hinzufügen, jetzt macht es auf, anstatt beim Bus, müsst ihr es hier machen, und hier zweimal jumpen, da kommt ihr rauf, und hier ist das 6000er Schlagringbolzen, Zeug hier, und da könnt ihr, mit dem könnt ihr eben das U-Tier killen, das U-Tier ist, also hier habe ich immer die Box gesehen, äh, das U-Tier ist das komische, helle, elektronische Zeug, ich habe das noch nie gesehen, und vor allem, ich habe darauf geballert, auch, ich habe den Jugger gehabt, es hat mich gekillt, geneift habe ich es, rauf geballert, es nützt nichts, es kann Runde 5 kommen, Runde 6, Runde 10, oder auch Runde 11 nicht, ich war mit meinem Teammate auch, oh, vor dem Scum run, habe ich auch gespielt, und das Ding kam nicht, das darf ich jetzt nicht vergessen, und nicht übertreiben, okay, jetzt zeige ich euch, also mit dem Bus geht das nicht, das geht viel zu lange, ich hoffe, obwohl ich die Scheune Tor dort aufgemacht hatte, also nicht das Scheune Tor hier, sondern dort, wo ich das, äh, für den Taser bekommen habe, dass das, ähm, dass das reicht, ich hoffe, es reicht, oh, der will ja rein, du, geht's noch, ja, ja, du kannst Finger, solange du willst, ich muss dorthin, wo der Strom ist, wieder, Mann, warum kann ich es nicht reinziehen, komm, ah, erst jetzt geht's wieder, so, immer schön zu barrikadieren, dass das Viech da nicht, mich fressen will, ja, jetzt fingert der wieder ein, ah, reparieren, Barriere, ganz vergessen, so, konzentriert auf das Viech hier, so, ja, das Ganze hier ist nicht einfach, aber einfach hat's einem, ah, ist ja alles zu, ich trotteli, so, dann hoffe ich, ich finde den Weg, ja, 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 okay, ah, noch nicht, wieso hupest du dann, so, okay, jetzt runter, seht ihr hier, das schöne Ding, jetzt ist es so, ihr müsst unbedingt, den Zombie, ein bisschen weglocken, auch immer er jetzt kommt, ich weiss nicht, jetzt bin ich zu, ah, nein, er kommt eben, gut, jetzt bin ich schon etwas zu weit gegangen, aber, ich will lieber sicher sein, er darf mir eben das schöne Stück hier nicht kaputt machen, und jetzt, run, Forest, run, und das ist Team-Up, ist super, der ist immer noch da, ja, ich muss mich konzentrieren, wohin ich rennen muss, äh, wo war das, die Felsen, und auch die Autos zeigen euch mehr oder weniger den Weg, ich könnte mich drehen und das Vieh jedes Mal abknallen, aber, und auch hier, ähm, ähm, das Licht hier, gibt euch den Weg an, so, so, da durch, nicht, hey, was lag da, so, jetzt sind wir, hier, äh, endlich in der Stadt, so, äh, das andere hier hinten, habe ich euch gezeigt, jetzt ist es offen, seht ihr, so, äh, hier ist es nicht, äh, wo sind die Ware, wo ist die Ware, hier ist eine Ware, hier ist die, äh, es braucht drei, die Batterie, und noch etwas, muss ich noch finden, wo ist das, wo ist das, Mann, jetzt finde ich das nicht, doch, hier war es, so, und das Punching-Gerät ist ready, so, ich habe euch jetzt alles gezeigt, hier macht es dann bald wieder zu, ich weiss nicht, auf wann, hier könnt ihr deponieren, und wieder rausnehmen, also nur dann, wenn ihr, äh, natürlich deponiert habt, bei anderen Spielen, es ist hier noch offen, oder, hier kann ich ablegen, und hier kann ich wiederholen, aber es kostet mir jedes Mal 100, das war es, jetzt spiele ich etwas für mich, äh, wer das schauen will, kann das schon schauen, das ist kein Problem, ich will dort wieder, äh, das ganze, ups, ups, oh mein Gott, darum, aufpassen, ähm, weil ich, wenn ich ja schon da bin, will ich hier, wieder Kohle rauf, knallen, und ich habe etwa 15.000 nicht, okay, ich wünsche euch, und tschüss, koste mich, avaisね, zu Beginn, der schlump forward, wenn ich da bin, da bin, da bin, da bin, ja, da bin,